Wahrscheinlich liegt die Lösung näher als man denkt. Ja, eventuell. Ähm, weiß ich, wie gehe ich nur hier rüber? Hm. Gute Frage. Die Tür ist jetzt verschlossen, sonst gäbe es noch da die andere Möglichkeit. Und hier ist diese auch verschlossen. Die einzige Chance, die ich sehe, ist wirklich durch diesen Schacht. Hm. Aber hier scheint auch irgendetwas zu sein, oder? Man, springt da mal hier drauf. Sehr ehrlich. So. Nee. Die Chance besteht nicht. Ich sehe gerade keine Möglichkeit. Um ehrlich zu sein, absolut nicht. Es ist eigentlich nur die eine Möglichkeit hier. Wirklich. Es gibt keine weitere Öffnung. Ähm. So. Mal gucken. Kann ich auch nicht wegschneiden? Boah. Mann. Das geht auch nicht. Ähm. Das geht auch nicht hier. Wirklich. Beispiel hier. Wirklich. Hier. Wirklich. Wirklich. Das ist jetzt komplett zerstört hier. Ist das schade, die beiden sind jetzt tot. Goldener Schullöffel? Okay. Bringt man das eventuell was bei einer Tür? Nö. Auch bei der Tür nicht, sorry. Mann. Boah, meine Fresse. Die Steuerung ist manchmal echt zum Hühnermelken. So, hier gibt es nichts weiter. Ich kann auch nicht zwischendurch gehen. Nö. Ich fall hier auch nicht durch. Und das wären auch nur auf diese Etage. Ähm, die 7 vielleicht. Ich schaue nochmal überall so ein bisschen nach. Ich habe jetzt so einen komischen Löffel. Mit dem kann ich einiges machen. Kann ich hier eventuell noch was drauf packen. Oder sowas ähnliches. Einen Stuhl nehmen. Nö. 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 Ich kann mich echt nicht durch. Ähm, wenn ich jetzt so eine... weiß nicht. Wie soll ich sowas machen? Komme ich auch nicht durch. Irgendwo muss doch hier eine Lösung sein. Ich bin hier gefangen in einem Raum, wo ich nicht mehr rauskomme. Ah, die Karte nochmal. Die 2. Die 4. Die 4. Hm. Ähm. Lassen wir euch jetzt das dicke Ding weg. Gibt es... Hier unten war wirklich nichts. Ja, die Musik ist sehr ermutigend. Eine Falle, also etwas, wo man jetzt nicht so runterkriechen kann, gibt es hier auch nicht. Journal. Ich bin zurückgekehrt, hast Anja und die anderen mitgenommen, äh, aber hast du mich, äh, okay, ähm, und solange ich frei bin, gibt es keinen Ort auf diesem verdammten Planet, an dem du dich verstecken kannst, muss aber hinein und jeden, ja, retten und so weiter, das ist ganz gut. Wenn du schimmelig durchkommst. Oder habe ich etwas falsch gemacht, ich mache jetzt mal auf, ja, auf dem Punkt hier. Ich guck nochmal, vielleicht habe ich ja etwas falsch gemacht. Na komm. So. 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 Ich habe nichts falsch gemacht, also es ging einfach nicht anders. Jetzt muss ich mal auf der Etage schauen wo ich bin. Hier ist nichts. Das auch nichts. Ich gehe nochmal bei dem anderen Typen. Okay, konnte ich einiges einsammeln? Nee. Die beiden... Na ja. Hier kann ich auch nichts sammeln. So. Nee. Traurig, aber wahr. Der Ding wurde übernommen. Hier kann man oder irgendwo durch. Nichts. Ja, auch nicht. Die einzige Variante wäre nur hier hoch. Aber da muss ich mich wirklich mal selber spoilern. Aber... Ich werde hier nie im Leben eine Lösung finden. So. Von da kam ich an. Ich kann denn nirgendwo was öffnen. Sonst bin ich hier. So. Und da geht es nicht weiter. Jetzt gehe ich hier lang. Genau. Jetzt bin ich hier. Hier kann ich noch Bilder betrachten. Hier ist zu und so weiter. Hier ist keine Klappe. Ja, nicht. Nee. Ich gehe nur die Möglichkeit hier. Hier. Diese Öffnung. Da muss ich an mir rauf. Das wird eine Aufgabe werden. Okay. Ja. Schlecht. Gut. Meine Chancen stehen gerade ganz schön schlecht. Aber dafür muss es doch eine Lösung geben. Erzähl ich. Da muss es doch eine Lösung geben. Da muss ich echt mal schauen. Gut. Ich verabschiede mich erstmal hier heute. Bis dahin. Auf viel Spaß. Und Tschüss. das war nein. 085,05,05,015,015,050,025,025. Ich heise dir. W workloads dem Zaun.